Warum sage ich Real Talk? Weil ich einfach damit nicht irgendeine Angst machen will, sondern einfach sagen will, das ist doch gerade das, was wir erreichen wollen, dass die Dinge nicht gegen uns passieren, sondern für uns. Meine lieben Freunde, lasst uns mal Real Talk machen. Es gibt immer wieder diese Idee, dass wir alle ein schönes, leichtes Leben haben sollten und wenn das passiert, dass wir dann glücklich sind. Ich glaube nicht an das Konzept von leichtem Leben, das zum Glück führt und schon gar nicht zu positiven anderen Gefühlen. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass es im Leben alles gibt, so wie es vier Jahreszeiten gibt. So gibt es eben den Sommer, den Herbst, den Frühling, aber eben auch den Winter. Und da ist es halt kalt, da ist es unangenehm, im Frühling, da ist so Aufbruchsstimmung, im Sommer, da geht es uns richtig gut und im Herbst können wir richtig ernten. Und weißt du, was das Spannende ist? Darüber gibt es auch ein Buch. Und da hat ein Historiker einfach mal überlegt, ob es diese Zyklen nicht in der Geschichte der Menschheit immer wieder gab. Und er hat das bestätigt gefunden, dass sich tatsächlich ein solcher Zyklus in etwa alle 80 Jahre wiederholt. Also innerhalb von 80 Jahren haben wir dann Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und im Frühling, da haben wir wirklich so eine Aufbruchsstimmung, da ist alles klasse, da baut man alles auf, da will man arbeiten. Im Sommer will man das auch genießen und im Herbst will man ernten und im Winter, da geht es uns relativ schlecht. Und dieser Historiker, das ist inzwischen herrschende Meinung, hat bewiesen, dass wir jetzt so entweder im späten Herbst sind oder im frühen Winter. Und dass da durchaus auch ein Winter kommt. Warum sage ich Real Talk? Weil ich einfach damit nicht irgendeine Angst machen will, sondern einfach sagen will, das ist doch gerade das, was wir erreichen wollen, dass die Dinge nicht gegen uns passieren, sondern für uns. Dass sie uns stärker machen, dass sie uns zu der besten Version machen von uns, die wir sein können. Ich kann es auch mal ganz kurz sagen. Gute Zeiten, wir haben gerade gute Zeiten, erschaffen eher schwache Menschen, auch Menschen mit Anspruchsdenken, die sagen, ich brauche noch das, brauche noch das und alleine, weil ich lebe, habe ich das und das verdient und die Gesellschaft muss sich um mich kümmern und der Staat und so weiter und so weiter. Wir erleben das ja in den Medien. Schwache Menschen, die auch Anspruchsdenken haben, erzeugen aber dann eine schlechte Zeit. Schlechte Zeiten erzeugen starke Menschen, die auch sehr viel Dankbarkeit verspüren. Und starke Menschen, die viel Dankbarkeit verspüren, die erzeugen dann eine gute Zeit. Ja, und dann geht das wieder von vorne los. Das ist der ewige Kreislauf, ganz kurz gesagt. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir sagen, okay, wenn es diese Kreisläufe gibt im Leben und auch in der Geschichte, also in meinem persönlichen, in deinem persönlichen Leben, aber auch in der Geschichte, dann nehme ich das verdammt nochmal an. Dann sage ich einfach, okay, so ist es und dann mache ich das Beste draus und verstehe einfach, dass die Dinge nicht gegen mich passieren, sondern für mich.